Hallo Armin Staudt mit einem Photoshop Tutorial. Heute wollen wir weitermachen mit den Voreinstellungen, sind bei Kategorie 14 gelandet. Ich habe das diesmal nicht geöffnet, weil ich noch kurz ein Wort zu den Bildern sagen wollte. Jetzt habe ich ja in den ersten 12 oder 13 Tutorials diese schönen Maschinenbilder gehabt, so von dieser Förderbrücke, F60 heißt die. Kann ich euch nur empfehlen, fahrt da mal hin, wenn ihr irgendwie in der Nähe von Brandenburg wohnt, F60, die Förderbrücke, größte Förderbrücke der Welt für Braunkohle. Und da habe ich mir gedacht, zu den Voreinstellungen passen doch solche Bilder ganz gut. Die sind mir jetzt aber ausgegangen. Ich habe keine weiteren bearbeiteten Bilder mehr davon, also im letzten Video ja auch schon nicht mehr. Und deswegen habe ich jetzt andere Bilder gesucht, die irgendwie im weitesten Sinne was mit Maschinen zu tun haben. Das ist also der Grund, warum ich diese Bilder hier immer gezeigt habe. Das hatte jetzt keinen weiteren Grund. So, jetzt sind wir bei 14. Das hatten wir beim letzten Mal. Jetzt kommen die Zusatzmodule. Generator. Darüber könnte ich jetzt ja wahrscheinlich ein einstündiges Tutorial machen. Aber der Sinn ist ja nicht, dass ich euch das alles hier im Detail erkläre, sondern dass ich euch einfach nur mal kurz zeige. Also wenn der aktiviert ist, dann habt ihr so eine Art Maschine im Hintergrund, die euch unter bestimmten Bedingungen Bilder produziert. So, jetzt braucht ihr Voraussetzungen. Was mich schon mal ziemlich anpisst, hätte ich jetzt fast gesagt, so was sagt man aber im Tutorial nicht, ist, dass man hier keinen Pfad angeben kann, sondern die Assets, so nennt sich das, also diese Bilder, die hier produziert werden durch den Generator, die werden in einen Ordner neben das Original gelegt. Das ist natürlich für mich ein absolutes No-Go, weil ich möchte nicht, dass in meinen Original-Ordnern neben dem Original irgendwelche anderen Bilder liegen, von denen ich dann irgendwie ein Jahr später nichts mehr weiß. Das heißt, in so einem Fall, das geht auch im Grunde auch nur dann, ist das sinnvoll, mit dem Generator zu arbeiten, wenn ihr irgendeine Art von Layout habt oder sowas. Also das ist ja wahrscheinlich auch eher wieder für Leute, die irgendwie mit Homepages arbeiten oder so und dann so einzelne Slices machen wollen, aber eben keine Slices, sondern halt Ebenen exportieren wollen. So wie das geht, zeige ich euch jetzt mal. Also, das Erste ist, dass ihr hier jetzt irgendeine Art Pseudo-Layout habt. Also ich werde jetzt mal hier mit dem Verschieben-Tool das hier nochmal so, guck mal, das sind jetzt hier so Bilder von dieser Förderbrücke. Ist ja auch egal, das sollte jetzt überhaupt keinen Sinn machen. Ich wollte jetzt einfach hier nur zwei Ebenen drin haben, die in einem Ordner sind. So, jetzt der zweite Schritt ist, wir haben, also der erste Schritt war, wir haben das in den Voreinstellungen aktiviert, den Generator. Der zweite Schritt ist, dass ihr das hier scharf schalten müsst. Und zwar geht das erst dann, wenn BuildAssets so ein Häkchen hier hat. Also jetzt wäre es zum Beispiel aus und jetzt ist es wieder an. Okay, so und in dem Moment, wo ich jetzt einer Ebene einen Namen gebe, wo hinten, warte mal, GIF, PNG oder JPEG dran steht, also Punkt JPEG. Ja, also in diesem Moment wird sofort ein Bild produziert. Ja, und zwar ist hier das Original, ja, das ist das TIFF. Und hier ist jetzt ein Ordner mit dem Namen des Originals und Assets hinten dran erzeugt worden. Und hier ist jetzt dieses JPEG dran. Und zwar nur von dieser Ebene, okay? So, und jetzt kann man, jetzt gibt es hier quasi nur ein Ordnungstool. Das ist nämlich das, wenn man jetzt, sagen wir mal, zwei Ebenen in einen Ordner tut und dann diesen Ordner umbenennt, jetzt schreiben wir da hinten mal PNG dran, dann müsste jetzt in diesem Moment sofort hier ein PNG gemacht worden sein. Ja, und zwar, sagen wir mal, jetzt ein PNG, wo dieser Abstand hier ist. Jetzt ändere ich mal diesen Abstand, ja, gehe hier wieder zurück, gucke mir das PNG an. Jetzt habt ihr gerade noch gesehen, wie das erzeugt wurde. Und das wird quasi jetzt live überprüft. Ja, also es wird jetzt live überprüft, was ich jetzt mit meinen benannten Ebenen mache. Alle anderen, die nicht benannt sind, die kommen da nicht mit rein in diese Generatorgeschichte. Ja, allerdings, wenn ich diesen Ordner umbenannt habe, dann kann ich hier ganz viele Sachen reinmachen. Also, sonst könnte ich die auch gar nicht bearbeiten. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Gradationskurve reinmache und mache die ganzen Sachen jetzt, ja, wir müssen mal irgendwas machen, was man jetzt deutlich sieht auf dem Schreibtisch. Ja, ich mache die jetzt mal ganz rot. Dann müsste jetzt dieses PNG in dem Ordner, die müssten jetzt ganz rot sein. Ja, jetzt sind die ganz rot. Das heißt, man kann dann schon die Bilder auch noch bearbeiten und verändern. Ja, und solange diese diesen Namen haben, werden immer wieder neue JPEGs, PNGs oder GIFs produziert, solange das hier scharf geschaltet ist und da hinten diese Endung dran ist in den Ebenen. Das ist im Grunde schon alles. Jetzt kann man darüber natürlich noch viel mehr sagen, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Aber das könnt ihr ja dann im Detail auch mit irgendwelchen anderen Tutorials machen. So, jetzt gehen wir mal weiter im Text. Zusatzmodule. Dann gibt es sowas wie Remote-Verbindungen. Das ist jetzt eine Sache, da kann ich euch nur sagen, lest es euch bei Adobe durch. Weil hier geht es darum, dass ihr Photoshop mit drei verschiedenen Programmen verbinden könnt. Ich suche euch das mal eben raus. Ja, das ist die Hilfeseite. Also wenn ihr auf der Adobe-Hilfeseite seid, dann könnt ihr dort oben einfach hier Remote-Verbindung eingeben und kommt dann sehr schnell hier zu diesen sogenannten Companion-Apps. Und Companion-Apps, da gibt es drei Stück von. Das ist irgendwie Adobe Nav, Adobe Color Lava und Adobe Easel oder so ähnlich. Und diese drei Programme, mit denen könnt ihr quasi auf einem iPad oder so Photoshop steuern oder damit malen oder was auch immer machen. Ja, dafür ist diese ganze Geschichte da. Ich habe das noch nie gemacht und ich fände das völlig blödsinnig, wenn ich jetzt eine Sache, von der ich jetzt überhaupt keine Ahnung habe, einfach hier durchlese und aus dem Kopf dann wieder referiere. Also wenn ihr solche Programme habt oder damit experimentieren wollt, dann lest euch das einfach hier durch und probiert das aus. Und dann könnt ihr mir eure Erfahrungen beschreiben. Am besten kommt ihr einfach ins Pixel-Nerd-Forum und dann könnt ihr da einen Artikel drüber schreiben und dann sind wir alle klüger. Alle Filter-Galerie-Gruppen und Namen anzeigen. Das ist jetzt ausgestellt. Ja, so, jetzt gucken wir einfach mal hier in die Filter. Das ist ausgestellt. Warte mal, eigentlich sollte das Menü jetzt anders aussehen. Alle Filter-Galerie-Gruppen und Namen anzeigen. So, wenn das aus ist, dann sollten eigentlich hier sowas, alle Filter, die hier in, wo sind die jetzt, die jetzt hier in der Filter-Galerie sind, alle Filter, die jetzt hier in der Filter-Galerie sind, die sollten jetzt eigentlich hier im Menü nicht mehr auftauchen. Ich habe das eben mal ausprobiert, aber jetzt klappt das nicht mehr. Vielleicht liegt das daran, dass ich den Generator anhabe. Kann das sein, dass da ein Zusammenhang ist? Nochmal. Keine Ahnung. Ich habe es eben ausprobiert, einmal vor dem Tutorial. Und da war das so. Ich habe das ausgemacht. Und dann waren diese Filter, waren weg. Ja, jetzt sind sie weg. Komisch, oder? Ist das jetzt ein Bug, oder habe ich was herausgefunden? Also, ihr könnt es ja zurückspulen. Ihr seht, eben waren die noch da, mit ausgeschalteter Funktion, und jetzt sind sie weg. Okay, also, was ich eigentlich sagen wollte, alle Filter, die jetzt in der Filter-Galerie zusammengefasst sind, die gibt es jetzt hier im Menü nicht mehr. Das ist eigentlich alles. Ja, also das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch kürzer sagen können. So, die mache ich wieder an. Dann, Erweiterungen dürfen Verbindungen zum Internet herstellen und Erweiterungsbedienfeld laden. So, es gibt in eurem Systemordner, der zu Photoshop gehört, gibt es einen Ordner, der heißt, glaube ich, CEP. Das kann ich jetzt nur aus dem Kopf sagen. Ich habe es vorher echt nicht nachgeguckt. Und dort kommen eure Erweiterungen rein. Normalerweise laden die sich da, wenn ihr die installiert, einfach automatisch da rein. Eine Erweiterung ist zum Beispiel das hier. Das ist zum Beispiel eine Erweiterung. Und diese Erweiterung findet ihr im Fenstermenü unter Erweiterung. Zum Beispiel Adobe Color Themes. Das ist zum Beispiel auch eine Erweiterung. Und die liegen alle dort in diesem Ordner. Und die könnt ihr an- oder ausschalten über diese Voreinstellung. Und ihr könnt den erlauben, also jetzt zum Beispiel bei diesen Adobe-Dingern, also hier diesen Color Themes, macht das ja tatsächlich nur Sinn, wenn hier das Internet angeschaltet ist. Ja, weil der könnte sich jetzt diese Farben hier gar nicht vom Server oder aus der Cloud rausholen, dann würde es hier eine Fehlermeldung geben. Also deswegen fragt er mich quasi hier, ob der für diese Erweiterung das Internet anmachen darf oder also ob die jetzt eine Verbindung haben dürfen oder nicht. Das war es eigentlich schon. Ich hätte mir das jetzt komplizierter vorgestellt wegen des Generators, aber das ging doch eigentlich ganz locker durch, oder? Dann sehen wir uns nächste Woche, hätte ich jetzt fast gesagt, beim nächsten Mal wieder bei der Schrift. Okay? Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, euer Armin Staudt.